Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und das Ergebnis, wenn ihr das auch schon mal nachgemacht habt oder jetzt auch nachmachen wollt, shoppen. Krass. Wer möchte auch die zweite Variante sehen? Boah, unbedingt. Boah, unbedingt. Ähm, jetzt, äh, jetzt, Moment, wo du es ansprichst. Ha, 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 ha. Wuhu! Geil! Hallo YouTube. Ist wieder so weit. Okay, es geht los. Die Leute, das kann ich nicht einfach so ausmachen. Och, Digga, ich hab's beendet. Diese pure Intelligenz in Person einfach. Wie viele Kinder hatten die, Digga? Digga, DJ Khaled, Digga. Was ist los? DJ Khaled! Wohin, was ist los? Was ist los, Digga? Was ist das? Was ist los, Digga? Was ist mit der Maske? Was ist das? Digga, du willst's ficken, Digga? Digga, du willst's ficken, man? Digga, ich hab dir gesagt, man. Ich hab dir gesagt, ich bin verrückt, Digga. Ich hab's dir gesagt, ich bin verrückt, verdammt. Boah, fang, Mann. Was ist hier los? Ich muss scheißen. Ich muss scheißen, verdammt. Äh! Mach zu! Alle? Ja, wenn ich jetzt einsteige, Bruder, kommt der... Keck. Ich guck nicht hin, Digga. Wir sind gepickt, ich guck nicht hin. Er ist hinter mir im Auto drinne, Digga. Er ist hinter mir im Auto drinne. Beifahrer. Oder er fährt. Oha, Bruder, sie will, sie will. Überfahr, egal wer, überfahr. Fahr durch. Überfahr. Ach, was. Ach, was. Okay. Salamu alaikum, Bruder. Was geht ab? Ich muss dann ab schon mal, was geht. Das, was ich hier angriffste. Beide voll im Film haben wir nach oben. Ey, ich komm mit dir, wird dir, ist mir egal. Schau mal, warte, das ist... Hä? Ey, warte, Amscha? Was, gehst du einfach auf mein Auto? Amscha, ich dachte auch, das wäre auch mein Auto, ja. Scheiß, Junge. Was ist hier los, ja? Das geht hacker, das Auto drinne. Das geht hacker, das Auto drinne. Ey, die habe ich schreckt aus, Mann. Maschallah, endlich, ey. Ich dachte, okay, jetzt habe ich ein neues Auto. Scheiß, Digga, ja. Komm, um 50.000, okay? Nein. Ich mache es, komm. 50.000. Okay, los geht's. 50.000, komm, wer ist da? Ich habe keine 50.000. Ich habe hier vorne so gefühlt, die Chef, komm. 5K, 5K, Jungs. Eben wurde um 100 gewürfelt. Ja! Ja! Jawohl! Woddy Wodka, danke vielmals für mein Sub jetzt. Warum, warum? Sag mir, warum. Sie haben vorhin das Casino beleidigt, das geht bei uns gar nicht. Wie, ich habe das Casino beleidigt. Doch, das war der andere. Das war nicht der andere. Wie, woher, woher, woher willst du das wissen? Warte mal, woher willst du das? Weil ich neben Ihnen stand, als Sie das rumgeschrieben haben. Hä, ich war die ganze Zeit ruhig und habe gespielt. Bist du dumm? Jetzt haben Sie mich auch noch beleidigt. Ich schwöre, ich nehme gleich deinen Zopf und stecke ihn dir in ein Arschloch rein. Wie redest du mit mir? Jetzt bewegen Sie sich, Chef. Ich werfe dich aus dem Casino raus. Geh raus, Mann! Geh raus! Äh, ne, Entschuldigung. Der Herr Schmidt schreit hier rum und möchte abgestütten. Ich schwöre, ich schlag euch Drillinge behindert. Kommt raus, Mann. Kommt raus, 3 gegen 1. Ich schwöre, ich nehme euch auseinander. 3 gegen 3. Kommt, 3 gegen 3. So, der Herr hier vor mir. Kurz und knapp, Sie bekommen für mein 30-tägiges Hausverbot. Ja, also es bricht der 30-Tage-Casino. Warte, hör mir mal zu. Ja, bitte. Äh, wer? Sie! Ne, ich meine, wer hat danach gefragt? Rechts zu Ihnen. Ich hab's gerade gesagt. Ja, aber wem? Ihn! Wem interessiert das? Boah, ich hoffe, ich bin dran. Also wir werden damit selbst. Wir werden dann nie wieder das Casino betreten. So, Sie folgen mir jetzt einmal. Ich will mal kurz Handschellen abmachen. Ja, machen wir ab und dann folgen Sie uns bitte. Einmal nach draußen. Schalas, komm! Ich hab gesagt, hör auf zu pupsen, Digga. Harkar, hör auf zu pupsen, Junge. Ich schwöre, krieg dich mal jetzt ein, Digga. Wasser. Digga, er furzt die ganze Zeit. Ich schwöre, ich schwöre. Hörte, Harkar. Den kann man nicht... ... ... ... ... Penis. ... ... Wartier, der hat sich gefreut? Ja, komm, lass uns entschuldigen, und dann hat sich das. Alles klar, hau rein. Ja komm, steig doch mal aus wie ein Mann, lass uns doch mal anständig und entschuldigen, was du hast. Naja, ich muss los, ich hab'n Termin. Ja, was du hast'n Termin, du... Ich schwör' ich... Fuck you, man. Sag deinen Termin, ich fick' ihn. Oh Mann, ruf ihn an, vielleicht kommt er. Wer denn, soll ich Rossi anrufen, oder? Wer holt dich hier aus dieser scheiß Putz-Situation? MGHC? MGH13? Scheißegal. Ja, Zlatan hat gesagt, wieso die... Freilas, ne? Wen? Ihn? Essie. Jungs, das ist meine Geisel. Rass einfach so ne Geisel hier raus. Guck mal, Rossi holt mich nicht raus, aber Zlatan holt mich raus. Zlatan meint, sie hat noch was zu klären mit ihm. Ist mir egal, dann soll Zlatan kommen und ihn abholen. Naja, er soll nicht mal abholen. Dann tu ich ihn eigenständig irgendwo gleich versenken. Ich hab' gesagt, ich komm hier raus. Sag dir eins, mein Freund. Ja. Sagst du, du kannst mit mir ficken? Also kann oder will? Also wollen würde ich auf jeden Fall mit dir schon mal gar nicht, ne? Ja, halt am Hand aus. Nicht mal ein bisschen, sei ehrlich. So, wenn wir alleine wären... Komm, komm, okay, komm mit nach hinten. Okay, Lan. Komm, stell mal vor... Jetzt will ich mal einen kleinen Sippy sehen, ja? Warte, guck mal, guck mal. Stell mal vor, die Menschheit schnippt aus, ne? Komm, komm, gib weiter nach unten. Stell mal vor, Menschheit schnippt aus. Würdest du nicht wollen? Sei ehrlich. Was? Stell mal vor, die Menschheit schnippt aus. Siehst du diese Forze da an der Wand? Moment. Oha, ich darf... Es hat am, ich darf nicht hingucken. Oha, überall. Ich muss hingucken. Jetzt tu doch mal kurz flinsen. Ohne wie leh, was ist los? Wir können uns doch kennenlernen. Zlatan, ja? Komm jetzt, Mann. Ja, sag das Pommes-Kopfwerk. Pommes-Kopf, Digga, ich hab'n Ding mit ihr am Laufen. Wer ist Pommes-Kopf? Ich kenn' keinen Pommes-Kopf. Ja, der Pech. Egal. Ich hab' doch gesagt, ich komm' hier raus. Krallers, Junge. Warte ab, warte ab. Viel Spaß. Du, kein Arsch gehört nach mir, ja? Bestimmt. Fahrrad, Mann. Oha, Hacker. Was geht ab, Motherfucker? Was geht? Ey, Lies, ich schwöre, die ist wie ne Schlampe. Ah, ist von links zu links rechselt der. Nein, es gehört zu Fitna, nur. Ich bin mit Sam unterwegs. Wir bauen Sice, halt. Ach so. Weißt, wer noch Sice gebaut hat? Uwe? Deine Hebamme, die hat dich fallen gelassen mit deinem Gesicht, halt. Ja. Er hat mich gefickt, Hacker. Aber das Ding ist, das Ding ist, wenigstens gibt's eine Sache, die ich hoch bekomme. Selber? Ja, dass du lechst. Meine Schuss kriegt sich ja alle hoch ohne Werden, ey. Ne, das hilft dir aber auch nicht. I love you, man. I love you too, man. Aber deine Eltern dich nicht. Ja, ich weiß. Was? Ich bin auf der Bühne. Schaban! Schaban! Hier bin ich. Ich meine. Auf der Bühne! Jungs, wie hört ihr denn was? Warum schreit denn der Typ an der Vase rum? Ja, im Rhythm of the Night klau ich dir denn deine Nikes, heiß Oberkörper frei, gegenüber Fremde kalt, zwischen Polizei und Jungs aus dem Viertel gibt es Streit, wegen Kleinigkeiten Geht hier um Prinzip oder Scheine, 2211 Horner Corner, Bass kommt aus Boxen nicht nur am ersten des Monats, Leute fallen hier in Ohnmacht